Platz 2, Anastasia mit Sick & Tired, bevor es jetzt gleich Platz 1 gibt. Muss ich noch verkünden, dass wir hier in der Maske von MTV sind. Vielen Dank. Ja, ich wollte nur erwähnen, wo wir sind, weil sonst bist du woanders. Sehr richtig, sonst im Studio. Nächste Woche du in der Sauna, wir schauen mal. Oh, feier, oh, feier. Jetzt gucken wir uns erstmal Platz 10 bis 2 an. Plätze, guter Deutsch. Du Deutsch, ich hier kann nacken, aber du kannst es auch nicht. Nacken, du bist Griechen. Na, sag ich doch. Die Plätze 10 bis 2. Ein Ex-No-Angel Sandy will es nochmal wissen. Tell Me flattert neu rein auf Platz 10 der Hitlist Germany. Neue Besetzung, neues Single, neues Glück mit When the Indians Cry holen sich die eiskalten Ästinnen von Vanilla Ninja aus dem Stand. Platz 9. In Amerika ist die neue Nelly-Single schon Top 5. In Germany nimmt My Place Platz auf der 8. Über 7 Millionen Zuschauer haben das Traumschiff Surprise zum erfolgreichsten Film des Jahres gemacht. Stefan Raab's Space Taxi eiert da etwas hinterher. Diese Woche auf der 7. Dunkle Wolken über der blauen Lagune. Das Reggae-Remake Break My Stride fällt auf die 6. Third Wish und Baby Bash haben Obsession gecovert und Aventura machen auf einmal mehr Asche als je zuvor. Eins rauf auf die 5. Lebe, denn der alte Holzmichel wurde jetzt schon zum Hit des diesjährigen Oktoberfestes erklärt. München zittert schon und Randfichten fallen auf die 4. Holzmichel noch, ja, er ist noch. Das hatten wir zuletzt mit Dragosta, denn hey, zweimal die gleiche Nummer in den Top 5. Dave Aventura haben mit der Originalversion von Obsession, den Re-Entry auf der 3, geschafft. Kein Bock auf den Quatsch auf den billigen Plätzen hat Anastasia und bleibt Sick and Tired da, wo sie letzte Woche auch schon war, auf Position 2. Und eine Hit des Germany ist natürlich nicht zu Ende, bevor nicht auch Ozone über den Bildschirm gewackelt sind. Gleich Platz 1, alle Mann in Deckung des Germany. Und ich sag's dir, in der 14. Woche in Folge. Ich bin schon irgendwie aufgeregt, obwohl ich mir eigentlich denken kann, wer es ist, war. Also sind die, die eigentlich schon die ganzen 14 Wochen da oben stehen. Es handelt sich um Ozone mit Dragostadentei, was ja so viel heißt wie Fummeln unter Fichten. Ne, jetzt echt? Oder Ficken unter Feilen. Was du alles weißt? Ja, ich kann dir davon 327 Übersetze sagen. Obwohl ich das Video ja wirklich entzückend finde, weil... Hast du es gesehen? Natürlich. Welches... Ist doch in deiner Sendung, Mensch. Welche Band tanzt denn griechischen Setaki in einem Video? Zeig mir das doch mal. Und ich als Griechender, ich als Griechender, da schlägt mein Herz doch höher. Also ich als Deutsche finde es langweilig, wenn die da auf dem Flugzeug stehen und so komische Sachen machen. Aber das ist ja Setaki. Da, ja. Da, 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 da gleich warst. Auf jeden Fall Platz 1, sehr schön. Du fühlst du mich alleine in der Sauna? Ja, ich fühlte mich sehr wohl... Wir reden gleichzeitig. Jetzt du. Na jetzt du. Ne du. Na gut, ich fühlte mich sehr wohl auf diesem Popsofa in der Maske, falls wir das noch nicht erwähnt haben, wo wir hier sind. Nächste Woche werde ich mich sehr ängstlich fühlen, weil ich allein sein werde. Ich finde, ich bin glübt. Wegen Tang, wenn ich jedes Mal bin. Ich empfehlen euch deutlich. Ich testenden, wenn ihr das noch nicht versuchen mögen. Da, ichód mich sogar sag auf diesem Ort. Ich bin glübt. Myans!